Aramsamsam Alle Kinder setzen sich im Kreis auf den Boden. Bei Aramsamsam, Aramsamsam, klopfen wir uns mit den Händen im Takt auf die Oberschenkel. Bei Uguli, Guli, Guli, Guli drehen wir die Arme in der Waagerechten übereinander, als ob wir etwas aufwickeln. Es kommt Aramsamsam wieder mit den Händen im Takt auf die Oberschenkel schlagen. Arabi, Arabi Wir strecken die Arme weit über den Kopf und beugen uns nach vorn. Zweimal. Diese Bewegungen werden immer wiederholt und in Geschwindigkeit und Lautstärke angepasst. So einfach ist das.